Liebe Freundinnen und Freunde, wir hatten kürzlich eine interessante Veranstaltung mit Sarah Warnknecht und dem bekannten französischen Ökonomen Thomas Piketty unter dem Titel Milliardäre besteuern? Wir haben diese Veranstaltung auf Deutsch und auf Englisch abgehalten und daher waren wir nicht in der Lage, auch alle Fragen, die so eintrudelten, zu beantworten, denn wir mussten immer wieder hin und her übersetzen. Wir haben viel Lob für die Veranstaltung bekommen und auch ein paar kritische Rückmeldungen, die gesagt haben, wir müssten das Ganze simultan übersetzen, damit es nicht so anstrengend sei, so lange zuzuhören. Das stimmt, das war uns auch vorher klar. Diese Möglichkeit stand für die Veranstaltung leider nicht zur Verfügung. Wir werden das aber versuchen, in Zukunft umzusetzen. Ich habe in der Veranstaltung versprochen, dass wir zwei der meistgestellten Fragen noch aufgreifen werden, die wir nicht mehr behandeln konnten in der Veranstaltung. Das war einerseits, wie wir die Macht der großen Internetgiganten brechen, die jetzt in der Corona-Pandemie immer mächtiger werden. Die Marktmacht von Amazon zum Beispiel nimmt zu und immer mehr kleine Läden und Geschäfte werden aus den Innenstädten verdrängt. Ich will dazu nur ein paar Stichpunkte nennen. Auch bei der Marktmacht von Amazon, Google, Facebook und Co. gibt es ein Element, das ganz wichtig ist und das sind die Steuern. Denn diese Big-Tech-Firmen, die Internetgiganten, die werden häufig völlig unzureichend besteuert, weil es in der Steuerpolitik ein altes Prinzip gibt, besteuert wird dort, wo auch tatsächlich Produktion real, physisch stattfindet. Und das ist bei diesen Unternehmen natürlich nicht der Fall, weil Amazon sagt, wir produzieren ja gar nichts, wir verteilen nur Pakete. Oder Facebook arbeitet mit unseren Nutzerdaten. Wenn etwas umsonst ist, bist meistens du das Produkt. Facebook ist nicht gratis, denn sie lesen natürlich unsere Informationen aus und versuchen damit Werbung zu machen oder jetzt sogar ein eigenes Geldsystem aufzubauen. Und ganz ähnlich ist es auch bei Google, die natürlich auch darüber entscheiden, was wir lesen und denken, weil es eben nicht dem Zufall überlassen ist, welche Suchbegriffe oder welche Suchergebnisse angezeigt werden, wenn wir einen Suchbegriff bei Google eingeben. Sondern das hängt natürlich davon ab, ob das Kunden sind, die Werbung schalten. Das hängt vom Algorithmus ab und das ist ungefähr so, wie wenn wir früher das Telefonbuch, das es gab, wenn da nicht mehr jede Telefonnummer drin erscheinen würde, sondern nur noch die, die genug Geld bezahlt haben oder die Google irgendwie passen. Und das würde natürlich dazu führen, dass ein paar Menschen von der Kommunikation völlig abgeschnitten werden. Von daher ist es auch in den Zeiten des ach so freien Internets so, dass natürlich die Macht dieser Konzerne auch im Endeffekt auch unsere Demokratie beeinträchtigt, weil sie darüber entscheiden, was wir noch zu lesen bekommen und auch unser privates Leben, unsere private Kommunikation, unsere Daten weitgehend kontrollieren. Und es gibt viele Instrumente, die man klassischerweise gegen Kartelle anwenden kann. Beim Beispiel Amazon, man könnte zum Beispiel, wenn man noch eine staatliche Post hätte, sagen, wir befördern nur bestimmte Höchstmengen von Amazon. Denn es kann ja nicht sein, dass die für eine elektrische Zahnbürste einen leeren Kleinbus durch die Stadt fahren lassen und wir in den Innenstädten einen Verkehrsinfarkt haben. Diese Instrumente stehen uns aber nicht mehr zur Verfügung, weil zum Beispiel die Zulieferindustrie weitgehend privatisiert und liberalisiert wurde. Und deswegen müssen wir auf andere Instrumente zurückgreifen. Und ein Prinzip, das eben diskutiert wird, diese digitale Besteuerung, wäre, dass man Konzerne stärker am Ort der Umsätze besteuert. Das bedeutet, dass wir zum Beispiel sagen, in Deutschland gibt es eine bestimmte Anzahl von Nutzern von Facebook oder Amazon oder Google und entsprechend müssen sie einen Teil der Gewinne dieser Wirtschaften auch in Deutschland versteuern. Dieses Prinzip, dieses Prinzip Verzeihung, bricht mit einer Systematik, die wir bisher in der internationalen Besteuerung hatten, die im Prinzip aus der Kolonialzeit stammt, nämlich, dass am Sitz, dem Konzernsitz der Unternehmen besteuert wird. Das hatte auch damit zu tun, dass eben häufig große Konzerne, zum Beispiel Ressourcen, Bodenschätze, zum Beispiel in den kolonialen Gebieten ausgebeutet haben und dann über verschiedene Tricks, die wir heute noch kennen, also künstliche Kredite, Zinsen, Lizenzgebühren, die Erträge zurück an die Zentralen ihrer Konzernmütter in den reicheren Ländern abgeführt haben. Und mit diesen Tricks wird eben heute immer noch operiert. Das heißt, dass dann zum Beispiel Amazon, wenn es in einem Land Gewinne erwirtschaftet, sich eine Tochter in einer Steueroase hält, die dann zum Beispiel an Amazon in Deutschland das Lizenzrecht ausreicht, also unter dem Label von Amazon aktiv sein zu dürfen. Und dann zahlt Amazon Deutschland zum Beispiel an Amazon Irland, das ist jetzt ein völlig fiktives Beispiel, eine Lizenzgebühr. Und damit werden dann Gewinne aus Deutschland nach Irland verschifft. Und es gibt unterschiedliche Lösungen für dieses Problem, aber im Bereich der digitalen Besteuerung wird eben darüber diskutiert, dass man sagt, jetzt wird stärker am Ort der Umsätze besteuert. Es gibt Gründe, warum sich zum Beispiel auch die Bundesregierung dagegen gewendet hat, denn sie befürchtet, dass dann zum Beispiel die deutsche Automobilindustrie, die eben sehr stark exportiert, auch in China oder Indien stärker besteuert wird. Aber das gehört eben dazu, dass wenn wir die internationalen Besteuerungsrechte neu aufteilen wollen, dass dann eben auch die Länder, deren Infrastruktur und Absatzmärkte genutzt werden, stärkere Besteuerungsrechte haben. Und Deutschland ist ja einer der größten Binnenwirtschaften der Welt. Das heißt, für uns käme in anderen Bereichen dafür auch mehr Besteuerungsrechte heraus. Entscheidend ist, dass am Ende eben auch die Konzerne effektiv mehr Steuern abführen und es nicht dazu kommt, dass sie am Ende weniger Steuern abführen. Und dann haben auch tatsächlich alle davon etwas. Die Frage, wie man zum Beispiel die Macht von Facebook beschränken kann, die führt bis in das Finanzsystem. Dort gibt es zum Beispiel eine Diskussion darum, ob wir nicht eine staatliche digitale Währung bräuchten. Übrigens nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung des Bargelds, weil eben immer mehr Menschen in der Supermarktkasse mit Apple Pay zahlen oder Facebook eben zukünftig auch eine eigene Währung entwickeln wollen. Wir wollen das verbieten. Wir wollen das nicht zulassen in Deutschland als Linke. Aber wir müssen eben auch gucken, dass wenn zum Beispiel Barzahlungen immer mehr zurückgedrängt werden, dass wir dann eine eigene Technologie mit einem eigenen Datenschutzniveau haben, die eben der Kreditschöpfung der Banken einerseits entzogen ist, aber andererseits auch den Zugriff großer Technologiekonzerne. Das heißt, man könnte dann zum Beispiel Guthaben bei der Europäischen Zentralbank halten. Das gab es übrigens früher einmal. Früher konnte man ein Konto bei der Bundesbank halten. Das können jetzt nur noch die Mitarbeiter der Bundesbank. Und die Guthaben dort wären faktisch so sicher wie Bargeld. Denn Bargeld ist ja nicht sicher, weil es Papier oder Scheine sind, sondern weil es eine Garantie der Zentralbank hat. Und die Zentralbank kann in der eigenen Währung ja faktisch nie pleite gehen. Und eine Bank, eine Geschäftsbank kann pleite gehen. Und wenn jetzt aber Facebook, Apple und andere Akteure anfangen, immer mehr unsere Finanztransaktionen auszulesen, einen größeren Kundenstamm zu haben als die größten Banken in Deutschland, weil sie eben zum Beispiel so viele Menschen ein iPhone besitzen und Apple Pay nutzen, oder weil so viele Menschen ein Facebook-Account haben, dann werden sie sehr schnell systemrelevant für das Finanzwesen. Und man kommt dann eben nicht nur mit Verboten voran, sondern wir müssen auch frühzeitig eine eigene Digitalwährung schaffen, die eben sicher ist, der den Menschen vertrauen und dass sie auf Grundlage dessen eben sich gar nicht erst in die Fänge dieser privaten Konzerne begeben. Denn wir können zum Beispiel ja nicht einfach jetzt festlegen, dass die Menschen zum Beispiel Google oder Facebook nicht mehr benutzen können, sondern wir müssen eben Alternativen bieten. Auch öffentlich-rechtliche Suchmaschinen zum Beispiel, die ein anderes Datenschutzniveau haben oder die bestimmte Inhalte nicht diskriminieren. Und wenn dann mehr Menschen diese nutzen, dann kann sich eine solche öffentlich-rechtliche Technologie auch durchsetzen. Aber das kann man eben nicht einfach beschließen, sondern man braucht dann dafür auch wirklich den Einsatz, das Engagement des Staates, damit er in dieser digitalen Welt mithält. Das waren jetzt nur ein paar Überlegungen zu der Frage der Macht der Internetgiganten und zum bedingungslosen Grundeinkommen. Auch dazu gab es Fragen, werde ich mich in einem anderen Video äußern. Vielen Dank.